Hey guys, it's Lynn. Ich mache ein Video für euch, weil ich euch ganz spontan mitteilen möchte, dass Moe und ich zusammen morgen auf die Frankfurter Comic-Con gehen. Wir sind nur morgen da und auch nur Moe und ich sind da, aber wir werden hoffentlich eine Menge Spaß haben. Vielleicht einige von euch treffen, die noch ganz spontan dieses Video sehen und ebenfalls morgen auf der Comic-Con sind. Wir werden als Poison Ivy und Catwoman auf die Comic-Con gehen. Und ja, wir sind gespannt. Auf der Comic-Con persönlich waren wir nicht. Wir kennen natürlich das Messegelände von der Buchmesse und so. Aber wir sind ganz gespannt, was uns da morgen entwartet. Und ja, wenn nicht, wir sehen uns vielleicht auf Instagram, wo wir euch mitnehmen könnten. Und ansonsten, wir machen vielleicht Fotos, Videos, etc. und dann man sieht sich in nächster Zeit wieder. Bis dahin, tschüssi, liebe Tülle. Auf meine Haare und weg. Tschüssi.